Guten Tag und Damen, herzlich willkommen zu Super Mario Galaxy und Mario schläft im Bett vom Rosalina. Das ähm, na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt ist er wach geworden. Mist. Naja, nächstes Mal ist es wieder schöner. Wir gehen jetzt hier wieder ins Level, wollte ich gerade sagen. Wir gehen jetzt wieder hier in die wunderschöne Windgarten Galaxy. Keine Ahnung, wie es in Englisch heißt. Aber es ist, äh, totally egal. Ja, wir, ähm, haben in der letzten Folge die Mission Wasserhimmel, der Wind oder Hase, und haben uns gefragt, upsala, ähm, ob wir, äh, da einen Fragezeichenstern haben. Und wir haben uns, äh, noch nicht die neue Anrufgabe angeguckt, aber Begegnung mit General Maulwurf. Dann wird das mal wieder ein Boss sein. Ist das ein Wuss? Das ist wahrscheinlich ein Boss. Hallo. Ist das nicht dieser Baum, wo wir auch, äh, diesen komischen, heuscheligen Mann besiegt haben? Ist das eine gute Frage? Aber hier war die geile Musik in dem Level. Oh, so schön. Ich glaube gleich werde ich ohnmächtig. Oh, hier ist was Neues. Hier ist was Neues. Bitte Sätze kompletieren. Hui. Ah, den, der macht das nicht unermatisch. Da muss ich einfach... Da muss ich... Hallo. Da muss ich einfach nur hier so... Und was sind das viele Sterne Teile? Ich kann alles reinhauen, ne? Rein. Hauen. Alles noch was. Bekomme ich vielleicht irgendwas? Wenn ich hier, äh, nicht nur alle Gegner besiege, sondern auch... Hui. Achso, die kommen dann nochmal dahin. Wump und Wump. Das wäre cool, ey. Und Bumm. Ja, ne, das war der Falsche. Also, was heißt das? Das war der Falsche. Das ist halt einfach nicht der Gimbo gewesen. Das... Nein. Warum ist eigentlich was? Nein. I don't know. Sorry. I'm learning. Das... Ich drücke mal auf A. Ich muss schütteln, ne? Das mache ich ja gar nicht falsch. Oh Gott. Und das ist ja super dumm. Oh, Fertz. Oh, Fertz. Warum nicht? Jetzt habe ich viel verkackt, ne? Das war wahrscheinlich eine Aufgabe. Wir haben ein Problem mit den Maulwürfen, die unser Land verwüsten. Beruhigen. Was? Was? Berührungen. Achso. Berührungen mit den Maulwürfen sind Schmerzer. Also, eine Stammfeattacke in ihrer Nähe. Nein, nein, nein. Okay. Achso. So kommen die aus den Löchern raus. Mit der Pflaumkraut kannst du zu den Wind reiten. Und wenn du gezittert, schüttel die, um zu fliegen. Okay. Okay. Ich glaube, ich check. Aber hier unten? Oh, Röhre. Röhre. Ist da wieder ein Kreis drin? Oder wo war der Kreis? Nein, ist da ein Kreis drin. Cranky Shade, ey. Ist hier ein Stern? Ist hier ein Stirn? Aua. Und... Ich könnte eigentlich schon mal einsammeln, ne? Kann ich nur noch... Ah, tausend waren auch noch welche, ne? Das wäre geil, wenn das jetzt... Vor einem... Ich hab's doch grad gesagt. Vor einem Ausliegen, dann komme ich schade. Ich hab mir vor, ich hätte noch ein Leben. Ist hier was, Mann? Hallo? Haben wir hier keine Münzchen? Ich bin enttäuscht. Ich werde's nie lernen. Das ist so doof, Mann. Ah, wenn's zittert, darf ich drücken. Muss ich zittern? Ich denke schon. Ah, ich bin enttäuscht. Hallo? Was ist das hier? Haben wir auch Münzen oder gibt's hier keine... Oh, danke. Danke. Und noch eine Münze. Thank you very much. I hope I am so... Karch. Kann ich das wegmachen? Warum soll ich das wegmachen? Das ist eine gute Frage. Was ist? Nicht mal, ne. Und boom. Gibt's nix mehr? Hallo? Okay, tschüss. Wofür dir euch das... Was? Wofür dich das nur hin? Genau, euch, ne? Münzchen. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Warte mal. Hier sind nur Münzen drin, damit man sich auffüllen kann. Aber das brauch ich nicht. Denn ich muss jetzt die Maulürfe besiegen. Und man auf dich kommt die Peter nicht. Denn dann bin ich am dran. Der Mario, der ermordet die Maulürchen. Oh, Mann. Hä? Oh, 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 oh. Wahrscheinlich muss ich dich zerstören, ne? Dann bekomm ich wahrscheinlich was. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Gibt's hier noch ein bisschen mehr? Denn dafür bekomm ich Geld. Vom Start. Sicher nicht, aber... Wär schön. Wär schön. Mario, der Bauarbeiter. Mario, der Bauarbeiter. Muss ich denn wo hin? Hallo? Sag mal... Ach, ich muss die Maulürfe besiegen. Hallo? Ähm, ja. Ich bin nicht doof. Ich bin nicht doof. Das hat doch keiner behauptet. Ich weiß immer. Das hab ich behauptet. Ja. Und was ist das? Ach, hieß... Der Boss? Der Boss? Hey! Oh. Das passiert oft nur, dass ich einfach keine Reaktion hab, ne? Das ist schlecht. Dann mach ich das ja wirklich nochmal. Alles klar. Einfach mal aus... Aus dem Apfel kommt ne Raupe. Zieht man auch nicht alle Tage, ne? Kann ich hier auch irgendwie... Kann ich... Was ist passieren, wenn ich da... Hallo? Passiert da was? Nein. Okay. Okay. Hallo? Hallo? Okay, das macht jetzt nix. Das macht nix. Und Wickler ist down. Oder nicht? Hallo? Dann müssen wir drauf springen, ne? So, bringen wir das jetzt... Sonst bringt mir das ja nix. Oh Gott. Oh Gott. Die Raupe. Die Raupe. Wahrscheinlich kommt die Peter Cash wirklich. Und die sagt, ja, äh... Tierküllerrei. Und die Raupe passt nicht in Apfel. Das ist Tierküllerrei. Das Tier hat kein Platz. Das geht nicht. Mario ist Mörder. Ja. Das geht nicht, ne? Die armen Goombas und die armen Kumpas, ne? Das ist doch ja richtig doof. Okay. Gibt's hier noch was? Ja. Warte mal, war das grad die Raupe? Ich hab's ehrlich grad gar nicht verfolgt. Ich hab's nicht verfolgt. Oh Gott, da ist noch was. Aber kann ich nicht irgendwie zerstören? Kann ich? Ich weiß nicht, ne? Ob mein Event da, wo's rot ist... Ja, ich versuch's nicht. Gibt's noch was? Hallo? Aber mich stört das total, dass ich's nicht geschafft hab, ne? Ne, das ist der Anfang. Oder? Ist das der Anfang oder ist das das Ende? Oh, ah, hier. Guck mal, oh, wie süß. Alter, wie lustig, ey. Hallo, ich bin, ich bin Raupe. Oh, wie süß. Ich frau mir. Ich hab immer noch... Alter, ich hab immer noch Nasenkitzel. Das gibt's nicht. Max Raufpilz, cool. Hey, 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 hey. Hallo. Hier. Das musst du sein. Das hier. Ich dachte, das wär irgendwas zum Einsame. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin verrückt. Das kann... Warte mal, was ist hier? Hey, das kann ich. Ach, das hab ich schon getrunken. Das ist... Hä? Hey, ich wusste nicht, dass sie weggehen. Tschüss. Ne, da war noch eins. Oh, ich hätte noch mehr drücken können. Hallo? Göt'em. Nein, Klamassi, ist hier. Nein. Hilf mir. Oh. Okay, warte mal. Oh, ne Münze. Kann man noch das Herzen... Das Herzchen. Alter, was ist denn los? Aha. Ha, ha, ha. Boah, der ist schon tot. Ne, das war halt immer ein Witz. Der hat einen blauen Starrypanzer auf. Huuu. Boah, ist das... Wir müssen ihn umdrehen. Hallo? Hä? Ach so, der rennt weg. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn der nur einfach aus dem Boden rauskommt, ist er dann beschwipst, ne? Dann wird er mega einfach. Oh Gott, es ist... Tollwutman ist es jetzt. Tollwutmauwutman. Das ist ein gutes Thumbnail, der so guckt auch. Oh. Nein! Nein! Ha... Ich wollte gerade sagen, ha, ha, da habe ich dich erwischt. Ich brauche die Münze. Hallo? Hallo? Lass mich in Ruhe. Wenn du mich jetzt umbringst, ich hau dir den... Alter, willst du mich komplett verarschen? Alter, geh weg. Geh weg. Geh weg. Alter, geh weg. Ich brauche Münzen. Geh weg. Ich bin tot. Ich dachte gerade, ja, ich muss irgendwas machen, weil sonst bringt der mich ja... Der hat mich ja verfolgt. Verfolgt. Verplant, ey. Aber jetzt können wir mal hier alles überprüfen. Und wir können diesen... Oh, nee, das war nicht die, äh... Sterne. Bim. Das ist doch cranky. Das ist ja krass, Mann. Irgendwas passiert, wenn wir alle einsammeln. Ich gehe mal davon aus, dass gar nichts passiert. Weil... Warum sollte? Warum sollte? So, diesmal... Geh die Party ab. Bei dir. Kommt ihr direkt raus? Döde. Nee, doch. Ja, was denn jetzt? Ach, der muss erst aus dem... Also, kann ich ihn auch gar nicht rausholen. Wenn der, ähm, gleich wütend ist, ne? Also, er muss... Er muss einmal... Ich hoffe, ich verstehe was. Was? Ja, doch. Er muss... Mit dem Kopf rausgucken. Er muss mit dem Kopf rausgucken, sonst nimmt er keinen Schaden. Weil er dann sagt, nö, ich gucke nur mit dem Hut raus, ne? Mit dem Starry-Panser, der jetzt aus dem Orangen ist. Und damit kein Starry-Panser mehr ist. Ja. Leck mich doch am Arsch. Ich wusste doch nicht, dass der jetzt einfach rauskommt, ey. Wie so ein Geist ist gestört. Boah, der muss mir ja zweimal treffen, ey. Natürlich hat er nicht... Hat er es nicht gezielt. Verarsch mich hier noch ein bisschen. Jetzt hat er die Münze weggemacht. Bang. Oh mein Gott. Jetzt rennt er weg. Oh mein Gott. Der war schon schwer. Meiner Meinung nach. Weil der halt so... Der hat halt kein richtiges Muster gehabt. Was macht der Hase ab jetzt? Hallo, Hase. Danke, du hast mich gerettet. Yay, der Hase ist gerettet. Er ist tot. Also nicht der Hase, sondern der Boss. Lassen wir uns verstehen. Boah, schön. Ich gehe nicht hin. Jetzt kann ich noch den dritten Stern machen. Nicht stören. Wir machen jetzt den dritten Stern. Und das ist ja so schön. Ja, gern. Speilen. Ich meine, danach... Gibt es entweder in dem Level zuvor... Oder ich glaube, war das in dem Bosslevel, als ich da... ...mich festhalten konnte. Ich vergesse es immer. Aber wie gesagt, wenn ich was vergessen soll, Irgendwie einen Stern oder so, den man theoretisch holen könnte. Halt's mir. In die Kommentare. Wo die Schwerkraft... Was? Die Schwerkraft, ne? Wo die Schwerkraft... ...hinfällt... ...schlägt etwas ein, wahrscheinlich, ne? Das kann wahrscheinlich sein. Das kommt mir so voll, als hätte ich das schon mal gespielt, ne? Ja, gut, das ist ein neuer Teil, aber... ...das wiederholt sich immer mit den Fliegen vorher. Und schon wieder das Intro... Oh, man. Jetzt wieder das... Oh, da ist so ein Typ. Typi. Typi! Brauch stehen. Es sind sogar zwei. Ja, gut, dann geht erstmal den ersten. Der rennt ja nicht weg, der hier. Hallo? Also, der rennt schon weg, aber der Spawner, glaube ich, nicht, oder? Oh, das ist so richtig so, man. Yay! Endlich ist die Rohre weg, weil... ...das wurde da langsam eintönig. Ja, Beschwerde, lege ich gleich da ein, als. Beschwerde. Danke sehr. Oh, die drei. Waren das nur drei Stück? Okay, gut. Das ist egal, Mann. Komme ich diesmal? Den hier noch. Das wäre so geil, Mann. So viele Hunde... Ne, bekomme ich auch nicht. Doch, bekomme ich. Endlich, ne? Und jetzt... Ne. Ja. Jetzt dazu zu mir. Ich habe nämlich eben nicht gecheckt, wie ich die raushole, weil die immer weggegangen sind, wenn ich gekommen bin. Willst du mich verarschen? Das wäre du. Danke sehr, für die Münzchen. Für die Münzchen! Eine Münze aufs Verbergen. Dieser Münze nehme ich mir. Tralalalalala. Und da ist ein Gegnerlein. Hey, bleib stehen. Mein Fragmann. Och Gott, da. Das ist ja noch was Krasses. Hallo. Ja, lass mich. Und Münzchen! Ah, das gibt einfach nur extra Sternteile, ne? Sag mal, kannst du dich entscheiden? Thank you. Thank you very much. Das ist wieder so ein Ding. Ja, kannst du mal stehen bleiben? Soll ich mich nicht stehen? Oh, oder so. Oder so, Mann, das ist gut. Ja. Kann so. Danke. Was ist denn los? Meine Nase. Ist das hier, weil ich irgendwie keine Ahnung. Ich habe keinen Koller gelohnt oder sowas. Nicht, dass das Spiel irgendwie ansteckt oder so. Hahaha. Ne, ne, ich habe keine Allergie. Alles gut. Hä? Warum? Was ist da los? Alter. Alter, ist hier viel golden. Dahin war was goldenes. Goldene Kettenhund sogar. Immer die Dinger hier. Weil die geben massig Dinger. Also, die Dinger geben massig Dinger. Nein, leck mich doch am Arsch. Was hat er gemacht, die Kettenhund? Was hätte er gemacht? Ich hasse mich, ne? Hätte er viele Münzen gegeben? Hätte er einen Powerstern gegeben vielleicht sogar? Schreibt mal das in die Kommentare. Danke. Was ist das hier? Oh, da ist irgendwie so ein Teil. Irgendwie so ein Teil? Ich will bitte hier dranbleiben. Wupp, wupp, wupp. Was ist denn los? Was ist denn los? Wie komme ich jetzt nach unten? Ah, so. Ja, das Gleichgewicht. Ich, äh, Gleichgewicht, das... Die Schwerkraft, das wollte ich sagen. Hört gerade zu sagen? Höh? Wie geht das nur? So unlogisch. Guck mal, jetzt kann ich einfach... Ne, kann ich nicht. Guck mal, das hätte ich nicht gesehen, wenn ich jetzt hier, hier nicht gewesen wäre. Oh. Ja. Münzen. Was bringen Münzen denn? Ich meine, Sternteile bekommen, äh, das Sternteile bekommst du auch One-Ups. Also lohnen sich Münzen nur noch einzusammeln, wenn du auch Energie verlierst. Also an sich, ja, wenn sie auf dem Weg liegen, dann ja, aber... Was ist, wenn du die einsammelst und fragst dich... Moment mal. Wollte ich davon nicht, äh, die, äh, Energie auffüllen und dann nimmst du so, scheiße. Ich hab das schon benutzt, ne? Also ich hab die Energie schon... Äh, nicht die Energie, die, ähm... Verstehst du? Ich brauch noch das Ding hier. Yippie! Da ist eine große Stammplatte drauf und dann bewegt sich das, äh, die Schallplatte oder was es auch immer darstellen soll. Ich dachte, das wäre so ein Schlagzeug, äh... So ein Schlagzeug-Ding, wo wir draufhauen, dann... Geht's dong! Ja! Ich weiß noch, wie das heißt. Okay. Das sieht auch so aus, ne? Was steht denn hier? Gefahr, pass auf, oder hinter ist's! Warum? Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Hä? Oh! Boom! Perfekt! Kann ich da umdrehen? Was? Das ist ulti. Das ist tatsächlich ulti. Was ist hier hinten? Sterb ich dann, oder? Ich wär's ulti. Ich hab Angst, dass ich durch mich dann sterbe. Hui! Das ist so geil! Die stehen aber perfekt. Gut, hier muss ich wahrscheinlich hin. Und das? Ah, das ist, äh... Überall okay, gut. Leck mich am Arsch. Ich wusste das... Ich dachte, okay. Ja, komm. Geh ich mal da hoch. Ich... Da stand nicht. Hier ist keine Schwerkraft mehr. Das ist Betrug. Alles klar. Alles klar. Betrug wird man hier... Eigentlich müsste ich das Wunderb einsammeln. Das haben die extra dahin platziert, damit man... nicht Game Over gehen kann. Willst du mich komplett verarschen? Sag mal. Ich... Ich dachte... Ach, ich dachte. Das ist schon das Problem, ne? Ich dachte... Das Leben ist so einfach. Mano, mano, mano. Das Video geht wahrscheinlich auch wieder stundenlang, ne? Weil... Ich mich hier aufhalte. Das ist doch nicht wahr. Na, na. Jetzt darf ich... Ach, das sind die... Ach, so. Das erklärt auch warum, ne? Also, warum eben. Oh Gott. Das war knapp. Das war ziemlich knapp, aber jetzt ist alles wieder gut, ne? Bonk. Kein Bonk? Okay. Ja, gut. Aber dafür gar ein Bonk. Ich hab mal gedacht, okay, ich kann hier überall hergehen. Also, überall, wo es nur gelb leuchtet. Verstehe ich das richtig? Verstehe ich das richtig? Außer hier auf dem Rock, der sich dreht. Weil da wissen wir, dann sterben wir. Ich hab's damals in der Schule gelernt. Kinder, immer nur dann gehen, wenn's gelb ist. Was? Ne, bitte nicht. Okay, gut. Hier. Wenn ich jetzt hier auf das Graue gehen würde, ich würde direkt sterben. Weil da keine Schwerkraft mehr existiert. Ist doch nicht fair. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht markiert, aber das ist ja markiert. Das ist das Schlimme. Was ist denn hier oben? Oh, der Stern. Ja gut, wenn da nichts mehr ist. Oh, oh, der Stern. Jetzt hätte ich hier runterfallen müssen, ne? Alter, der Rückstoß. Alter, ich hab mich schon erschreckt. Ich hab mich schon erschreckt. Ah, du wirst mein Schatz hier halten. Hallo, Powerstern. Was, was? Ich zerquetsche dich. Da hätte ich jetzt sterben müssen. Aber, es ist ja gut. Wunderschön. Ach Gott, 32 Minuten und 40 Sekunden. Warum? Warum? Also auf jeden Fall auf meiner Uhr, ne? Auf eurer Uhr wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, auf meiner Uhr. Speichern, ja. Okay, also, was ich mich fragen würde, Leute, bevor ich mich verabschiede, hat diese wunderschöne Galaxie hier, die, äh, ja, hat sie sogar. Das ist ziemlich nett, dass da jetzt noch alles angezeigt wird, was es hat. Ähm, wär cool, wenn ihr mir sagen könntet, was, nicht was, sondern wo, in welchem Stern. Ich hab da schon so meine Ideen, entweder im ersten Stern, dass du irgendwo in eine Abkürzung gehen musst, oder im zweiten, ups, Alter, im zweiten Stern, wo du dann, äh, irgendwo, äh, wo die Stelle war, wo du dich festhalten konntest. Die beiden Stellen hab ich im Kopf. Naja, wir haben 16.000, das ist krass. Das ist krass, ja. Jetzt sagen, das war's für den Partner. Wie gesagt, ich fühl mich, äh, über, warum wie gesagt ist, hab ich nicht gefragt. Bewertet das Video, ob da im Hohen, da im Runter. Mario schlägt immer runter. Lustig, ne? Ich sag bis dann Und tschüss.